Weihnachten, das ist eine Zeit, wo die Familie zusammen ist. Eine gebratene Gans ist serviert, ein Weihnachtsbaum schmückt das Zimmer und Kinder tragen Lieder oder Gedichte vor. Doch seit einiger Zeit hat sich das geändert. Die kleine Lilly, unartig. Der kleine John, unartig. So viele unartige Kinder, ich halte das nicht aus. Und der Weihnachtsmann sieht nur eine Möglichkeit, diesen ansteigenden Trend zu ändern. Ab 24. Dezember im Kino. Wir waren alle unartig. Der Spiegel sagt, ein verstörendes Meisterwerk. Wir wollen noch mehr. Hohe Weihnachten. Wo ist meine Babi? Wo ist meine Babi? Die Frankfurter Allgemeine sagt, ein Film für Groß und Klein. Bitte Weihnachtsmann, haben Sie erbarmen? Der Nikolaus hat erbarmen. Ich nicht. Natürlich kommen die Kleinen, die auch nicht zu kurz. Na mein Junge, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ein Feuerwehrauto, lieber Weihnachtsmann. Haha, mal schauen, ob ich das einrichten kann. Dann am Weihnachtsabend. Na, kleiner Tommy, was hat dir der Weihnachtsmann denn dieses Mal gebracht? Vielleicht hat er ja meinen Wunsch erfüllt. Bloody Xmas, der Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Ab 24. Dezember im Kino. Ho, ho, ho. Blutige Weihnachten. Blutige Weihnachten.